Das ist jetzt ja Deutsche Kabane, man sieht es schön, die Sachen haben die natürlich auch. Aber es ist ja auch schon ziemlich am Ende, jetzt sind sie schon vorbei. Machst du mal einen schon? Brillen von Deutsche Kabane, alles da. Wir wollen jetzt da nicht reinschauen, oder? Fabergé. Hier ist normal der Hauptplatz, aber nach der Saison ist natürlich auch nichts mehr. Geltet ihr das hier? Das ist schon nicht schlecht, gell? Da hinten sind die Sportplatz aus und die Pharmazier. Machst mich unbedingt noch. Da hinten ist das Hotel-Servo. Wir fahren auch schon öfters. Und dann gehts runter zum Hafen wieder. Jetzt sind die Boote auch schon weg. Wo wir angekommen sind, waren noch Boote da. Große. Jetzt sind die großen Boote auch schon weg. Und hier war auch schon Ferrari-Präsentation. Da hinten ist schon mal von dem Haus. Da. Dau. Dau. Säge.